ja und damit herzlich willkommen zurück zu let's play metro exodus es war eben natürlich mafia 3 sind wir am start so wir wollen uns die nächsten jetzt holen und die ecke gehört dazu die ecke gehört dazu ja ich weiß ich habe nur darauf gewartet ich will nicht sterben verdammt nein hier so ich habe gerade nicht nachgedacht jetzt hätte ich einen trucker vorgesetzt scheiße scheiße das muss jetzt so sein sorry das musste jetzt irgendwie gerade sei dass ich den verschieße weil ich brauchte jetzt keinen ich habe jetzt kein werk gehabt ja mich noch mit den kopf abzunehmen wenn ich hier gerade am aufräumen bin so okay dann geht es weiter hier in der innenstadt muss ein ziel weg geht das na klar bin gleich da kommt noch nachschub ich glaube dass du weg kommst ich bin getroffen Gott sei Dank habe ich die Jungs dabei gehabt. So, mein Freund. Wer? Achso, du da. So, dann machen wir das anders. Jetzt setzen wir den LKW davor. Da kann man nämlich alles auf einem Zug ausräumen. Äh, was soll ich denn jetzt gerade? Moment. Was regt dieser Wichser? Was ist denn? Fertig. Wie bleiben wir denn noch? 27.000. Wunderbar. Ich will auch nicht, jünger Idiot. So. Habe ich die ganze Zeit irgendwie noch so ein Typ rum da fahren sehen? Ah, der will den da hin. Der will da hin, okay. Gut. 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 Scheiße. Scheiße! Das war aber jetzt keine gute Idee, direkt vor die Kopf zu machen. Bei dem Scheiß ist jetzt auch der LKW weg. Fuck! Warten wir mal kurz ab, gerade, dass sie nicht irgendwie... Das war natürlich sehr unklug gemacht, auf jeden Fall. Na komm. An alle Einheiten, Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich habe mich hier festgenagelt. Schenke Sie Ihre Männer! Aus der Innenstadt kommen Meldungen rein wegen eines bewaffneten Schuers, Einheiten im Einsatzgebiet. Bitte bestätigen Sie mich! Ich bin festgenagelt! Ich bin festgenagelt! Das hat mich hier festgenagelt! Ach, komm hier nicht weg! Oh! Ich geh' in dich! Heilige Scheiße! Durch dich schneidet man wie durch Butter! Muss kurz die Munition wegziehen! An alle Einheiten! Verfolgung beendet! Suche, Abbrechen und Streifflieb wieder aufnehmen! Nicht wiederhole! Verfolgung beendet! Suche, Abbrechen und Streifflieb wieder aufnehmen! So, nerv' mich nicht! So! So, der ist tot! So! 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 Neugeholt eben gerade. 10.000 Dollar haben wir geholt. Respekt. Munition haben wir wieder genug. Dann müssen wir, glaube ich, noch eins ausräumen. Ich werde jetzt aber gleich mal die Kohle eben einzahlen, bis wir da irgendwas passieren. Ich kann keine Zeugen gebrauchen. So, wir werden mal kurz eben kurz unser Geld anzeigen. Äh, ja. Bin gleich da. Da kommt sie. Irgendwas, das ich für uns aufbewahren soll. Wen unterliegt? Melde dich, wenn du mich brauchst. Definitiv. Hat die gerade mal eben gut zwei Leute überfahren. Krass. Okay. Dann haben wir das soweit auch. So, haben wir noch... Jetzt müssen wir hier oben machen. Okay, noch gar nichts. Das ist das... So, wir sollen einen Kran zerstören. Vom Kava Construction. Und jetzt fehlt uns jetzt auch ein Schaden von 15.000, den wir noch anrichten müssten. So, wenn ich ehrlich bin, das machen wir im nächsten Part dann bei Let's Play Mafia 3.